Ich hoffe einfach, dass ich noch durchhebe, vielleicht bis am Montag, bis ich die Kuschelgruppe, dass ich das Wochenende über noch durchhebe und falls die beiden Kinder kommen, ihnen noch einen Unterricht geben kann und dann wahrscheinlich wird der Zusammenbruch am Montag kommen, weil am Montag ist die Kuschelgruppe, dort werde ich hin müssen gehen, um wieder 100 Leute zu kommen. Oh, ich kann nicht da allein bei mir zu Hause einfach quasi emotional immer mehr durchdrehen, immer eine Stärke Gottespsychosen überkommen, Besessenheit von Gott, was natürlich auch berechtigt ist, weil Gott ist ein Prinzip, wo man eigentlich nur Besessenheit dafür gespüren kann. Aber wahrscheinlich dann am Montag, am Montag wird ich in die Kuschelgruppe gehen und dort wird irgendetwas passieren, wo mich dann in die Klinik bringt und zwar für lange Zeit in die Klinik, weil das jetzt, Ich weiss nicht, bin ich das selber oder ist das Gott, der sich meldet, wo einfach, sagen wir es so, es braucht eine Lebensänderung in mir und ich weiss dann nicht, wie viele Neuroleptiken man mir geben muss, damit ich überhaupt noch einigermassen stabil bin, aber Ich werde ja wahrscheinlich auch immer dicker und ich weiss nicht, was dann passiert, am Schluss kann ich dann vielleicht einfach Diabetes, Herzinfarkt und Hirnschlag und stirbe so oder Oder es passiert sonst noch etwas, äh, das ist ganz, ganz, ganz eigenartig, was, äh, was da kann, äh, was, was in den nächsten Tagen passieren wird. Es wird, es wird etwas passieren, das weiss ich aber nicht. Ich werde, ich werde, ich werde dabei sicher passiv sein, das ist klar, es wird, ich werde nicht irgendwie, äh, ich bin zwar jetzt zu Hause da schon auch am herumtigern, am herumlaufen, weil ich Bewegung brauche, aber es ist, äh, es, äh, ich muss einfach unter den Leuten sein, das ist wichtig und die werden mich dann schon in eine Klinik einweisen, falls sie plötzlich losheulen oder, äh, Ich weiss es auch nicht, vielleicht begegnet mir auch eine Frau, natürlich, das könnte natürlich auch sein, dass mir eine Frau begegnet, am Kuschelabend und mich noch rettet im letzten Moment. Jetzt, heute habe ich nicht können gehen, der wäre in Winterthur gewesen, der heutig, ist zu kurzfristig gewesen, ich hätte jetzt auch noch die Videos machen müssen, aber am Montag, ich denke, am Montag werden alle meine wichtigsten Gedanken online sein, im Video, und dann, äh, Ja, am Montagabend in Zürich ist der, der Kuschel-Event, äh, Aber Herzkuschle heisst, ich kann es schon sagen, äh, Könnt ihr ja mal schauen, im Internet, äh, Im Internet, äh, Wo und wann der genau ist, und ja, Weil, Wo, wie, jetzt habe ich mich wieder stabilisiert, jetzt glaube ich, jetzt glaube ich, jetzt glaube ich wieder, dass ich es kann, äh, Dass ich es noch kann, äh, Dass ich es noch herunterladen, die Videos jetzt, und vielleicht sogar noch mehr als ein paar Tage durchhebe, Aber es ist klar, Jetzt, jetzt hat wirklich, Jetzt ist wirklich Gott am, Am wirken, Und, Und, Jetzt ist Gott am wirken, und, Ich weiss auch nicht mehr, was er gegen, dass wir ihm fehlen, dann einfach die Worte, Ja, ich habe fast, ich habe auch auf dem Herzen so weh, Ich bin massiv übergewichtig, Ich habe zu viele Süssigkeiten gehabt seit der letzten Zeit, leider, Also ich sage jetzt trotzdem noch, Ja, für das Schluss, Da ich einen administrativen Gründ, Die Art von der Uhrzeit, Jetzt ist es auf dem, Auf dem Smartphone, Der im Internet verbunden ist, Und wo die Uhrzeit um Sekunden genau stimmen sollte, Ist 20.25 Uhr, 8 Uhr am Abend um 25 Minuten, 5.30 Uhr, 9 Uhr am Abend, Freitag, 16. November 2018, Danke fürs Zuschauen, Danke viel Wahlen!